Super, wir waren gerade auf der Dachterrasse, super Ausblick, auch von hier, Essen, Astrein, prima. Ich bin hier, weil ich eigentlich jedes Jahr zu den FME-Update-Tagen fahre. Man kriegt so den ersten Einstieg und ich freue mich jetzt schon wieder auf die Tipps und Tricks, weil da kriegt man immer am meisten mit. Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, was die FME 2018 Neues hat. Gerade das Caching bei den Workspaces, ich glaube, da haben alle drauf gewartet. Dortmund ist auf jeden Fall eine Superwahl. Also informativ, also mir gefällt der Tag, die Informationen, die so rumgekommen sind und wenn man sich mal in einer Pause mit Personen von Conterra unterhalten kann, so ein paar spezifische Fragen immer klären kann, das finde ich ganz gut. Jetzt bin ich auf jeden Fall schlauer und kann das dann quasi in die Tat umsetzen. Wir sind im Rechenzentrum, betreuen mehrere Kommunen. Unter anderem haben wir einen FME-Server, ganz frisch im Einsatz. Das ist jetzt bin ich absolut positiv eingestellt. Ja, interessant war auf jeden Fall hier die neuen Axel Styler. Der war auf jeden Fall interessant für uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.